So, die Platte habe ich fertig und das geht jetzt wie folgt. Ich kann das jetzt hier drauf schrauben und dann kann ich das hier auch reinschrauben und wie man sehen kann jetzt hier ist es so, dass ich praktisch das hier verschieben kann. Und dann kann das praktisch um dieses Verlängern, die Stange, das heißt also in diesem Fall war das so, dass die drüber springt und jetzt ziehe ich das einfach die Millimeterzahl, die ich brauche darüber, schraube das einmal wieder fest und dann ist das in Ordnung. Auf der anderen Seite sieht das dann nachher so praktisch so aus. Gut, das mache ich jetzt nochmal eben fest. Ja, das war es dann von meiner Seite und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Das war jetzt hier Garagenstange verlängern und zwar variabel. Damit man das einstellen kann und justieren kann.